Buh, Jumpscare! Habt ihr euch erschreckt? Ich wette, ihr dachtet, wir starten im Hauptmenü, aber heute starten wir mal direkt auf der Landkarte, denn dieses Video wird ein klein wenig anders laufen als andere Videos von mir. Da wir letztes Mal Griechenland gespielt haben, dachte ich mir, wir spielen heute wieder einmal Griechenland, nur mit dem Unterschied, dass, ähm, es gibt keinen Unterschied zwischen Griechenland und der Türkei, oder? Beide behaupten, dass Backlava erfunden zu haben, beide haben ihre eigene Variante vom Döner, und, ähm, und ansonsten gibt es ganz bestimmt keinen Unterschied. Habe ich recht, Freunde? Bevor wir anfangen, möchte ich euch aber nur kurz darauf aufmerksam machen, dass wir das Like-Goal auf das letzte Video leider nicht in der angegebenen Zeit erreicht haben. Das spielt aber keine Rolle, denn es gibt eine wunderbare Firma, die euch einen Gefallen tun möchte. Dieses Video wird euch präsentiert von Raid Shadow Legends, dem kostenlosen Online-Action-RPG für euer Smartphone und den PC. Muss ich es überhaupt noch vorstellen? Ihr alle habt schon einmal davon gehört. Bereits mehr als 50 Millionen Spieler lassen sich den Spaß in Form von hunderten Champions, tiefgründigem Gameplay und einer ausgewogenen Mischung an PvE- und PvP-Inhalten nicht entgehen. Aber was ist Raid? R wie regelmäßige Updates, damit dir nie langweilig wird und du immer etwas Neues zu entdecken hast. A wie absolut jeder kann Raid spielen, weil es sowohl am PC als auch dem Smartphone verfügbar ist. E wie in Index, in welchem du dir nicht nur alle Helden, sondern auch Reviews zu ihnen sowie empfohlene Items für diese ansehen kannst. Und D wie in diese epischen Bosse solltest du dir nicht entgehen lassen. Herzlichen Glückwunsch! Raid wird vier Jahre alt und feiert mit einer Menge spezieller Angebote, kostenlosen Geschenken, Promocodes und dem brandneuen Fusionsevent, bei dem du einen legendären Champion im Jubiläumsdesign ergattern kannst. Amazon Prime Mitglieder erhalten außerdem vom 2. bis zum 30. März neuen Loot mit mächtiger Savage-Ausrüstung. Aber das ist noch nicht alles. Neue Spiele erhalten über meinen Link oder den QR-Code ein kostenloses Starterpaket mit diesem krassen In-Game-Loot. Worauf wartest du also? Lade dir Raid Shadow Legends jetzt kostenlos runter. Vielen Dank also an Raid für das Sponsoren dieses furchtbaren Videos und damit können wir direkt anfangen. Wie schon gesagt wird dieses Video ein klein wenig anders ablaufen als meine anderen Videos und zwar einfach, weil die Türkei ein furchtbares Land ist. Als spielbare Nation in Hearts of Iron 4 ist sie dann auch nicht so toll. Ha! Versteht ihr Freunde? Ich mache mich über ein anderes Land witzig, weil er Rassismus witzig ist. Vergesst also auf gar keinem Fall diesen Video einen Daumen nach oben zu geben, damit das nächste Hearts of Iron 4 Video auch rassistisch ist. Warum wird dieses Video heute aber anders ablaufen? Ja, das liegt daran, dass ich genau weiß, was ihr alles sehen wollt. Niemand würde sich ein Hearts of Iron 4 Video über die Türkei anschauen, wenn es nicht darum gehen würde, das Osmanische Reich wieder aufzubauen. Keine Sorge, meine 2% deutsch-türkischen Zuschauer, ich sehe euch. Das Problem damit ist, dass das die langweiligste Scheiße ist, die du in diesem Spiel machen kannst. Und dabei verlierst du dann auch noch die Möglichkeit, den vielleicht spaßigsten Teil des türkischen Fokus-Trees entlang zu gehen. Ja, Größenwahnsinn. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum man ein fehlgeschlagenes Großreich zurückbringen sollte, vor allem wenn es beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat. Aber hier sind wir, in einer Welt, in der laut Paradox jedes Land mindestens einen monarchistischen Fokus-Tree braucht. Oder gleich 4 davon. Auch wenn es durchaus interessant sein könnte, zu sehen, was wohl der Albtraum von Meiji sein könnte. Obwohl ich da schon eine ungefähre Ahnung habe. Nachdem ihr jetzt kein bisschen schlauer seid, was an diesem Video anders ist als an anderen Videos, fangen wir an. Anstatt nun ein komplettes Video über diesen Fokus-Tree zu machen, in dem nichts passiert, werden wir diesen Teil einfach speedrunnen. Dann erkläre ich euch, warum ich diesen Tree scheiße finde. Und dann gibt es noch einmal einen unterhaltsamen Teil des Videos. Auf den ersten Blick starten wir schon einmal weniger beschnitten als Griechenland. Was ja witzig ist, denn wie wir wissen, sind die meisten Türken ja beschnitten. Dafür ist unsere Armee absolut nutzlos und wir sind genauso verschuldet. Außerdem darf mein Pferd nicht Istanbul betreten, denn anscheinend sind Pferde nicht Halal oder so. Habt ihr schon das neue Challenge-Video von Meijer gesehen? Wie viele Witze kann er auf Kosten seiner türkischen Zuschauer machen, bevor er ein zweites Mal abgestochen wird? Eine Sache, die ich am türkischen Fokustür auch überhaupt nicht verstehe, und bei Gott, das kann einfach daran liegen, dass ich mich nicht sonderlich gut mit der Türkei in dieser Zeitperiode auskenne, ist die Tatsache, dass die Traditionalisten unter Menderes, lustige DSDS-Referenz an der Stelle, anscheinend die Demokraten sind, und die Non-Aligned-Leute sind die Kemalisten. Also unter Atatürk und ich, ich hab keine Ahnung, wie das politisch Sinn ergibt, aber wenn ihr euch da näher auskennt, würde ich mich sehr freuen, wenn mich jemand in den Kommentaren aufklären könnte. So wie es aussieht, gibt es aber zum ersten Mal seit dem Osmanischen Reich Wahlen in der Türkei. Natürlich nicht, ohne darauf wieder einmal 35 Tage zu warten. Obwohl eine der beiden Parteien eindeutig mehr Stimmen bekommen hat als die andere, darf ich trotzdem entscheiden, wen ich in der Regierung haben möchte. Und darum tun wir etwas, was für meinen Kanal komplett untypisch ist, und wir halten uns einmal an einer Abstimmung. Es sind die Demokraten. Und obwohl die Republikaner verloren haben, sind wir jetzt nicht mehr die Türkei, sondern die türkische Republik. Aus irgendeinem Grund. Wie gesagt, ich verstehe den Fokustür der Türkei überhaupt nicht. Wie es aussieht, war ich wohl nicht der Einzige, der viel zu verwirrt dafür war. Er kann das Spiel wenigstens jederzeit verlassen. Wow, seht ihr was? Frankreich gibt uns alles zurück, was wir damals besessen haben. Oder zumindest ein Teil davon. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Ich will im Übrigen nicht der sein, aber seht ihr, wie viele Decisions ich habe? Ich habe so viele Entscheidungen zu treffen, dass mein Spiel laggt, während ich durchscrolle. Danke, Paradox. Und da meine eigene Wirtschaft mehr oder weniger nicht existiert und ich auch kaum Slots habe, um Fabriken zu setzen, bin ich darauf angewiesen, dass eine der anderen Großmächte in mein Land investieren möchte. Wie sieht's aus, England? 75 Political Power für eine Flak, die nicht einmal in unserer Hauptstadt steht. Und da ist die Monetarisierung meines Videos auch schon wieder weg. Sehr schön. Und wisst ihr, was das Schönste an dem Fokustree ist? Alles, was ich bisher erreicht habe, war komplett sinnbefreit. Demokratie? Wahlen? Pff, wofür? Lasst uns doch einfach einen sinnlosen Bürgerkrieg führen. Oh, Junge, was für eine Entscheidung. Bleiben wir bei einer Demokratie, die 85% der Leute nicht wollen oder versuchen wir, das Osmanische Reich wiederzubeleben? Wenigstens wird dieser Bürgerkrieg in ein paar Tagen wieder vorbei sein. Aber jetzt, wo wir der provisorische Staat von Anatolien sind, wird es Zeit, das zu tun, was... Ich hasse es. Ich möchte wirklich nicht. Auch wenn es irgendwie witzig ist, dass wir einen Kronregenten ohne Königreich haben. Minus 5% Stability. Oh Gott, ihr müsst aber auch wirklich alles falsch machen, oder? Falls ihr glaubt, dass ich jetzt aber schon anfangen kann, Spaß zu haben, muss ich euch leider enttäuschen. Wir können den Fokustree jetzt nämlich noch ein gutes Stück runtergehen, bis, ähm... Ja, es passiert nichts mehr. Okay, das ist jetzt nicht ganz wahr, aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Es ist soweit, Freunde, da ist er. Der Sultan ist zurück. Und das Osmanische Reich lebt wieder. Jesus fucking Christ. Ist diese Farbe hässlich. Irgendwie habe ich mit einem grünen Farbton gerechnet und nicht mit, ähm... Was auch immer das ist. Aber hey, da ist er, der Sultan, Freunde. Er ist wieder da. Habt ihr diesem Video schon ein Like gegeben, falls ihr stolzer Türke seid? Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass unser Land nicht jedes Mal in einen Bürgerkrieg zerbricht, sobald unser Herrscher einmal stirbt. Jetzt können wir so tolle Sachen machen, wie Griechenland den Krieg erklären. Was bestimmt witzig wird, wenn Griechenland derzeit in einem Krieg mit sich selbst ist. Natürlich bekomme ich auch nur ein Kriegsziel, das wäre ja sonst auch noch angenehm. Schauen wir mal, ob uns Frankreich jetzt doch noch den Rest von Syrien zurückgibt und nicht nur diesen kleinen Schwanz, den wir jetzt da reinstecken haben. Ne, das kann ja jetzt nicht sein. Dann annektieren sie Polen und geben den Rest Litauen. Und sie sind nicht mal eine deutsche Puppe. Die versuchen, sich Ostpreußen unter den Nagel zu reißen. Was zur Hölle? Ich kann Syrien jetzt entweder direkt in unseren Staat integrieren oder ich kann es zu unserer Puppet machen, was wahrscheinlich ein klein wenig angenehmer ist, wenn ich mir unsere Manpower so ansehe. Anscheinend kann ich auch noch den Iran und den Irak versklaven, ohne dass die das ablehnen können. Also warum nicht? Oh, und nach ein paar weiteren Fokussen sind wir dann tatsächlich das Ottoman Empire und Grün, was bestimmt überhaupt nicht verwirrend ist, jetzt wo Russland Grün ist. und Bulgarien und der Iran. Theoretisch kann ich eine Menge Kerngebiete bekommen, was mit meinem Manpower-Problem helfen könnte. Dafür muss ich allerdings erst einmal in den Krieg ziehen und viele dieser Gebiete sind bereits meine Puppets, was heißt, dass ich mir den Spaß antun darf, diese zu annektieren. Ja, ihr seht, wie lange das dauern würde. Obendrein wird Kriege führen mit 31.000 Mann in Reserve und 40 Fabriken in 1940 nicht sonderlich spaßig. Ja, es ist ganz nett, dass ich ein paar Puppets habe, aber im Wesentlichen bin ich jetzt viereinhalb Jahre rumgesessen und habe nichts getan, nur um jetzt dabei zuzusehen, wie andere den Spaß haben und ich beten darf, dass mir Deutschland doch bitte, bitte ein paar Provinzen abgibt, die sie in einem Krieg gewinnen, den ich alleine niemals führen könnte. Dank der Internet Explorer Mod kann ich mir die Zeit allerdings ein klein wenig schöner gestalten. Okay, zugegeben, technisch gesehen ist das noch nicht alles, denn würde ich bis 1942 weiterspielen, würde der Sultan sterben und da wir das Nachfolgerecht überarbeitet haben, könnten wir uns dazu entscheiden, seine Tochter auf den Thron zu setzen. Und ganz in Hearts of Iron 4 Simp-Manier ist auch sie als weiblicher Herrscher einer der besten Herrscher im Spiel. Unter anderem löst sie das Manpower-Problem ganz allein mit dem Kalifa-Trade. Oh, schämt euch, ich weiß genau, woran ihr gerade denkt. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das Spiel nach meiner Aussage, dass die monarchistische Ideologie scheiße ist, fast jedem Land einen König gegeben hat. Sogar Amerika ist non-aligned. Sie haben sogar eine beschissene Krone in ihrer Fahne. Jetzt, wo wir das hinter uns gebracht haben, wird es Zeit, etwas Unterhaltsames zu tun. Und weil es mein Job ist, euch zu unterhalten und ich es nicht sonderlich unterhaltsam finde, noch einmal bis 1942 zu brauchen, bis wir irgendwas machen können, werde ich unsere Zeit hier ein klein wenig verkürzen. Ich weiß nicht, wie viele Fokuser ich runtergehen werde, allerdings ein paar. Joa, das sieht nach einem guten Zeitpunkt aus aufzuhören. Alles, was wir jetzt noch brauchen, um weiterzumachen, ist 30% Support für die türkischen Faschisten. Und das kann ja nicht so lange dauern. Und ja, ich kann mir vorstellen, was ein paar von euch jetzt sagen werden, aber Michi, das ist doch gar nicht 100% legitimer Spielt. Und ja, das stimmt, aber es ist mein Job, euch zu unterhalten und ich kann euch schwer unterhalten, wenn ich ein 20-Minuten-Video hochlade, in dem nichts passiert. Aus diesem Grund muss ich euch leider enttäuschen, wenn ihr nur 100% ungefakten, ungestagten Content sehen wollt. Aber ich bin ohnehin nicht der beste Harz of All in 4 Spieler. Das wäre dann wohl entweder Alex the Rambler oder... Eigentlich wollte ich mich mit unserem Lieblings-Schnurberträger verbünden, aber daraus wird jetzt wohl nichts. Näh, nie im Leben. Da bin ich tatsächlich kurz davor, kommunistisch zu werden, weil ich dachte, das wird nichts mit dem Deutschen Reich. Und dann haben die einfach mal das Comeback des Jahrtausends. Ja, wisst ihr, es lag immer noch, wenn ich durch meine Entscheidungen scrolle, also vielleicht sollte ich sie einfach alle schließen und alles ignorieren, was passiert. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Habe ich recht, Freunde? Sieht so der deutsche Focustree für alle aus, die die DLCs nicht gekauft haben? Das ist ja regelrecht traurig. Passenderweise hat Hearts of Iron 4 derzeit sogar einen Steam-Sale, was heißt, dass ihr alle DLCs ein klein wenig billiger bekommen könnt. Obendrein habe ich wie im letzten Video einen Code für ein DLC eurer Wahl zur Verfügung gestellt bekommen, um ihn zu verlosen. Alles, was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist es diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und mir in einem Kommentar zu verraten, wie viele unterschiedliche Namen die Türkei in diesem Video hat. Viel Glück! Denkt ihr, Mussolini wird mir diese kleine Insel einfach geben, wenn ich ganz lieb danach frage? Nun, im Austausch könnten wir ihnen Ressourcen geben oder einen kleinen Teil unserer Industrie, aber ein freundschaftlicher Händedruck sollte doch genug sein. Und Mussolini nimmt ihn an, damit habe ich echt nicht gerechnet. Plus 15% Stability. Ja, wie sage ich das jetzt am besten freundlich? Es wird Zeit, dass sich deine Truppen wieder verpissen, Mussolini, und aufhören, auf meine Insel zu kacken oder was das soll. Als faschistisches Land kann ich ja Kriegsziele gegen andere Länder rechtfertigen. 95 Tage. Sheesh. Habe ich im Übrigen erwähnt, dass wir einen Tactical Bombing Genius haben, plus 20% auf Cass. Glaubt ihr, wir können das mit 1-3 auf einmal aufnehmen? Den Vorteil, den ich jetzt natürlich habe, ist, dass ich diese Länder angreifen kann, bevor sie die Chance hatten, eine richtige Armee aufzustellen, was recht angenehm ist. Auf der anderen Seite ist Krieg in der Wüste und in den Bergen immer noch furchtbar unangenehm. Top 10 Wege, seine halbwegs normale Manpower zu ruinieren. Uh, ganz ohne Fokus, Italien sendet mir militärische Unterstützung. So, und das sollte es dann mit der irakischen Armee gewesen sein. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ha, wisst ihr, ich könnte jetzt einen Fokus langgehen, um der Achse beizutreten? Oder ich könnte der Achse auch einfach so beitreten, in der Hoffnung, dass es den Fokus dann überspringt? Ah, sehr schön. 70 Tage, einfacher spart. Gehe ich jetzt für den Army Regrouping Expert oder den Army Regrouping Expert? Ja, ich könnte jetzt alles annexen und ich denke, in Zukunft werde ich das auch tun, aber für den Anfang wäre es wohl besser, wenn der Irak einfach meine Puppet bleibt. Was zum Fick geht in der Sowjetunion ab? Nachdem Moskau nach wie vor ihre Hauptstadt ist und komplett von dem Rest der Welt abgeschnitten ist, könnt ihr euch, denke ich, vorstellen, wie angenehm Krieg an dieser Front sein muss. Ganz ohne Versorgung. Joa, ich würde sagen, wir nutzen unseren Durchbruch im Irak, um so schnell wie möglich auch den Iran zu kapitulieren. Ich denke, es wird Zeit für etwas unorthodoxe Kriegsführung. Kamele und von Kamelen gezogene Artillerie. Ich weiß, es ist noch ein bisschen zu früh dafür, aber hey, vielleicht hilft uns die USA ja in Afghanistan. Ha, wie schlimm kann das schon werden? Nicht sonderlich schlimm, wenn Afghanistan kaum Truppen an meine Frontlinie schickt. Auf der anderen Seite, das war bisher immer irgendwie ihre Strategie. Ja, einfach in den Bergen auf mich zu warten scheint eindeutig die klügere Option zu sein. Aber wisst ihr was? Ganz in amerikanischer Manier unterstützen sie mich. Was zur Hölle? Zeit, den Griechen zu erklären, wer den Döner wirklich erfunden hat. Oh Gott, mir fällt gerade auf, dass England anscheinend kommunistisch wird, was heißt... Yep. Sie werden alle ihre Kolonien entlassen. Äh... Ich sollte diese Runde also besser schnell gewinnen, bevor mein Spiel anfängt wie Scheiße zu laufen. Das glaube ich nicht, jetzt schicken mir die Italiener schon wieder Waffen. Vielen Dank, Alter. Mussolini ist ja ein richtiger Ehrenmann diese Runde. Zeit, die Griechen von hinten zu überraschen. Und wenn ich generell Glück habe, habe ich die Griechen damit vielleicht so überrascht, dass ich jetzt ihr komplettes Land überrennen kann. Vielleicht sollte ich noch ein paar Truppen rausspammen, aber ich kann ein Kriegsziel gegen die Sowjetunion bekommen, die, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, etwas geschwächt aus dem Bürgerkrieg gegangen ist. Und eventuell brauche ich ohnehin 90% ihres Landes. Damit sollte es nie wieder türkisch-griechische Spannungen geben. Hauptsächlich, weil es kein Griechenland mehr gibt. Jetzt, wo ich endlich beim spaßigen Teil des Focus Trees angekommen bin, stelle ich fest, dass ich vielleicht ein kleines Problem habe. Denn wenn sich die Deutschen, ja, die Nazis 1939 denken, uh, die Türken sind uns zu radikal, dann stehe ich plötzlich wieder alleine da. Außerdem wird meine Stability gleich, äh, nicht mehr existieren. Okay, Freunde, schlechte Nachrichten. Ich habe nachher einer kleinen Aufnahmepause vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Weshalb ihr leider verpasst habt, wie ich Bulgarien absolut ohne Widerstand überrannt habe. Also kein großer Verlust an der Stelle. Außerdem sind wir noch mit Rumänien im Krieg, weil, weiß Gott wieso, und ich habe festgestellt, dass Jugoslawien mit den beiden kommunistischen Chinas in einer Faction ist, was tatsächlich später noch einmal nützlich werden wird. In der Zwischenzeit habe ich mir wahrscheinlich damit ein paar Feinde gemacht, aber ich schätze, nach dem Video ist der Zug ohnehin abgefahren. Autsch, so fühlt sich das also an, wenn man all seine Freunde verliert. Aber wer braucht Freunde, wenn man das Geschenk des Größenwahnsinns hat? 140 Tage! Ich wette, ihr wundert euch, ob dieser Peace-Deal-Zucker-Cast aussehen muss, und die Antwort darauf ist, ja, unbedingt, es wird später noch sehr wichtig. Für den Anfang könnt ihr euch aber erst einmal über Türkisch-Rumänien erfreuen. Ja, das war ja ein wirklich gemeiner Move, mich aus der Faction rauszukicken, aber was ist, wenn ich der Achse einfach wieder beitreten will? Wie schlimm kann ein Flugzeug mit einer Agility tatsächlich sein? Plötzlich haben die Engländer einen kommunistischen Bürgerkrieg. Oh, Junge! Davon, dass sie ohnehin mehrheitlich kommunistisch sind, mal ganz abgesehen. Ey, Digga, das sind schon wieder Dinge, die nur das Spiel erfinden kann. Das eine kommunistische England ist in der Achse, wohingegen das andere, fast kommunistische England, den USA beigetreten ist. Oh, es wird wieder Zeit, meine Kopfweh-Tabletten zu nehmen. Ja, das hat auch fast nur ein bisschen im Ohr wehgetan. Danke, Spiel! Ich wundere mich, ob sie es mittlerweile gefixt haben, dass man nicht mehr Naval-Invations aus den Häfen seiner Verbündeten starten kann, ohne dass diese im selben Krieg sind. Ja, Spoiler, natürlich nicht. So, wir brauchen Gott sei Dank nur das. Und aus dem Rest können wir uns eine wunderbare Puppet machen. Und jetzt, wo die 140 Tage um sind, haben wir die Entscheidung, Turan zu gründen. Und das ist das nur ungefähr größenwahnsinnigste, was ich je gehört habe. Turan ist im Wesentlichen der Gedanke, alle Turkvölker unter einer Nation zu vereinigen. Und falls ihr keine Ahnung habt, wie ihr eingrenzen sollt, was ein Turkvolk ist und was nicht, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei, es rauszufinden. Im Wesentlichen, so wie der Fokus-Tree das aussehen lässt, und so wie ich das verstehe, nachdem ich mich ein bisschen reingelesen habe, geht es da um all die alten Reitervölker. Also die Türken, alle Nachfolgestaaten des mongolischen Reichs, was große Teile Chinas, der Sowjetunion und so ziemlich den ganzen Kaukasus beinhält. Und nicht zu vergessen, alle Nachfahren der Hunnen, was aus heutiger Sicht im Wesentlichen die Ungarn, sowie die Finno-Ugren in Finnland und Estland sind. Äh, natürlich die Tatar-Staaten in der Ukraine und dem Kaukasus genauso. Wenn man schon größenwahnsinn betreibt, dann aber auch richtig. Könnten diese Völker heutzutage alle friedlich unter einer Flagge vereint leben? Wahrscheinlich nicht. Das ist aber auch gar nicht das Thema des Videos. Alles, was uns noch fehlt, um das zu formen, ist ein Teil unserer Puppenstaaten, die wir bald anektieren können, und ein riesiger Teil der Sowjetunion. Oh Junge, möchte ich zum dritten Mal der Achse beitreten? Warum eigentlich nicht? Der Plan sieht im Großen und Ganzen so aus, dass ich die Sowjets, die jetzt nicht mehr die Sowjets sind, what the fuck, die noch immer von ihrem Bürgerkrieg geschwächt sind, jetzt in einem Schwung überrenne, während ich noch ein paar andere Divisionen rausscheiße, bevor sie Widerstand leisten können. Ich trete quasi die Tür ein und das ganze Haus fällt zusammen. Habt ihr das schon mal wo gehört? Ich glaube nicht. Bei dem Plan kann überhaupt nichts schief gehen, Freunde. Bei dem Plan kann ja tatsächlich nichts schief gehen, wenn sie irgendwo zwischen 24 und 88 Divisionen haben. Auch wenn das eine ziemlich große Spannweite ist. Meint ihr nicht? Ich hab mich gefragt, warum gibt es eigentlich Deutsch-Norwegen und Deutsch-Norwegen, bis mir aufgefallen ist, dass anscheinend die United Mexican States in Narvik gelandet sind, unter Nietzsche offensichtlich, und jetzt dort ihre Hauptstadt haben. Ich weiß, was ihr denkt, das sieht schon ziemlich toll aus. Aber, wenn ich diesen Knopf hier drücke, dann haben wir es getan. Wir sind Turan. Absolut größenwahnsinnig. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber wir sind noch nicht fertig, Freunde. Es gibt noch ein paar Dinge zu tun. Leider muss ich euch sagen, dass wir auf alles, was wir jetzt einnehmen, keine Kerngebiete mehr bekommen. Aber wir erhalten plus 25% Non-Core-Manpower, minus 10% Widerstand und 5% Compliance. Was heißt, dass es mehr oder weniger Kerngebiete sind. Aber das Angenehmste ist, wir erhalten gegen jedes Land, dem wir noch den Krieg erklären müssen, einen Kriegsgrund. Was mir die Arbeit um einiges erleichtert. Das ist das einzige Mal, dass die Türken Wien einnehmen. Naja, wenn wir den 10. Widerbezirk ignorieren. Damit können wir Finnland und Estland schon einmal assimilieren. Ich bin mir nicht sicher, aber Hans von Luk klingt nicht sonderlich türkisch. Turkey, Austria und der Farbe von Ungarn muss eine der kürstesten Sachen sein, die ich je in Heu 4 gesehen habe. Nur noch ein letzter großer Krieg und ich habe den Wahnsinn hinter mir. Ah, wir können die Ungarn integrieren. Sehr schön. Wisst ihr, es ist nicht mal schwer mit 40 Combat with Divisionen. Seit sich unsere Wirtschaft und unsere Manpower eingependelt hat, seit wir Turan geformt haben, ist das alles kein Problem mehr. Aber es dauert einfach nur ewig, weil die Infrastruktur dort drüben nicht existiert. Was hat Japan diese Runde eigentlich getan, außer mit 21% kommunistisch zu werden und dann gar nichts mehr zu tun? Ihr Anführer ist auch der übelste Ugly Bastard. Das ist ja disgusting. Wow. Und damit sollte ich es erreicht haben. Ja, wir können alle chinesischen Turkvölker assimilieren und ja, wir haben jetzt keine Kerngebiete darauf, aber wir haben mehr oder weniger Kerngebiete darauf und ja, Freunde, ich sage es euch, das ist der, der, der größenwahnsinnigste Shit, den ich je erlebt habe und wahrscheinlich die, die wahnwitzigste Hearts of Iron 4 Nation, die nie irgendjemand außer mir jemals gegründet hat, weil es furchtbar ist. Okay, zugegeben, ich hatte ziemlich viel Spaß dabei. Dann könnten wir jetzt zum Beispiel die Russen entlassen, aber, neues Feature, unsere Kerngebiete behalten und dann sehen wir, dass das Ganze, wenn das Spiel nicht abstürzt, ziemlich furchtbar aussieht. Ja, warum, warum muss ich mir das antun? Wenn das keinen Augenkrebs in euch ausgelöst hat, dann weiß ich auch nicht. Ich könnte jetzt noch natürlich Deutschland den Krieg erklären, um Berlin einzunehmen, um den Döner tatsächlich zu erfinden, aber irgendwie habe ich mich darauf gelegt, auch selber gekockblockt, als ich meine Gebiete, die ich gepuppetet habe, demilitarisiert habe. Ich bezweifle, dass ich zwei Millionen türkische Soldaten durch diese kleine Stelle im Sudetenland quetschen kann. Also das war es nun. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Hearts of Iron 4 Video. Außerdem, ich hoffe, ich habe nach diesem Video nicht tausend Abonnenten verloren und jede Menge Drohbriefe bekommen. Aber das werden wir dann sehen. Haut rein!